Hier ist Finnews TV in Kooperation mit Ducascopy TV. Mein Name ist Claude Baumann und bei mir ist Adriano Lucatelli. Er ist Autor und Dozent an der Universität Zürich. Guten Tag, Herr Lucatelli. Guten Tag, Herr Baumann. Sie haben soeben ein neues Buch geschrieben, «The Fine Art of Efficient Investing». Es hat noch einen Untertitel, «How to make sure you better sleep at night». Hatten Sie denn schlaflose Nächte? Als ich Student war, hatte ich die tatsächlich. Aber in der Zwischenzeit habe ich gesehen, dass man investieren kann und trotzdem ruhig schlafen. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Man muss doch gewisse Risiken eingehen, wenn man investiert. Das ist die gängige Meinung. Das lernt man auch an der Universität. No risk, no fun. Wenn ich mehr erzielen möchte, muss ich mehr Risiken eingehen. Und das trifft jetzt nicht zu? Das hat man jetzt in der Zwischenzeit widerlegt. Das bekannte Markowitz-Modell ist in dem Sinn nicht gültig. Man hat herausgefunden, dass Aktien, die weniger schwanken, also weniger Risiken mit sich bringen, über einen Zyklus hinweg bessere Resultate bringen. In diesem Sinn, no risk, lots of fun. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausformulieren. Ist doch ziemlich gewöhnungsbedürftig, denn bis jetzt war ja immer das Gegenteil der Fall. Und wenn ich mir vorstelle, so die grossen Anleger, die Pensionskassen, die institutionellen Anleger, die investieren ja heute eigentlich eher passiv. Die machen sich eigentlich gar keinen grossen Gedanken mehr, wie viel Risiko. Oder die möchten möglichst kein Risiko haben. Ich denke, das ist richtig, dass Sie auf die Pensionskassen eingehen. Die Pensionskassen und vor allem die Stiftungsräte wollen ja vor allem keine Verantwortung übernehmen. Also werden Sie eine Anlagestrategie fahren, die sehr nahe am Index ist. Also Sie werden indexiert investieren. Das führt dazu, dass man halt solche Anomalien nicht weg arbitragieren kann. Würden alle diese neuen Methoden, Smart Beta sagt man dem, anwenden, dann wäre die Gefahr logischerweise da, dass es vom Markt weg arbitragiert würde und diese Vorteile nicht mehr da wären. Aber im Moment ist es so, dass halt diese grossen Institutionen rund 70 Prozent der Aktien halten und dass es halt da unwahrscheinlich ist, dass es in nächster Zeit zu einem Wandel kommt. Das sind also eigentlich Investoren, die passiv investieren? Passiv investieren ist das falsche Wort. Sie indexieren. Das heisst, Sie kaufen einen Index oder einen ETF, der die gängigen zum Beispiel S&P 500 oder SPI abbilden. Die sind sehr wohl aktiv. Aktiv in dem Sinn, dass sie kapitalgewichtet investieren. Und somit sind grosse Firmen überrepräsentiert. Eine Pensionskasse, die indexiert investiert, nimmt ein Risiko oder geht eine Wette ein, nämlich die, dass die grossen Firmen besser fahren als die kleinen. Und Sie sind der Meinung, das sei falsch? Ich bin der Meinung, dass wir andere Gewichtungen finden müssen und nicht die Kapitalgewichtung fahren sollten. Mit anderen Worten, es gibt heute empirische Studien, die belegen, dass eine Zusammensetzung, die sich auf das Risiko, also wenig schwankende Aktien aufbaut, dass die besser fahren. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Zum Beispiel, was in der letzten Zeit sehr prominent vertreten wurde, sind so Low-Volatility-Strategien oder, was man besser kennt, Minimum-Variant-Strategien. Dort wird die Gewichtung der einzelnen Aktien so gewählt, dass man als Ganzes das tiefste Risiko fährt. Und die Studien und empirische Studien, aber auch Fonds, die seit mehreren Jahren so investieren, haben gezeigt, dass der Return, der Ertrag, risikogewichtet viel besser ist als das traditionelle Indexieren. Und das führt zu einem besseren Schlaf in der Nacht? Ich denke, für Investoren, die so investieren, schlafen definitiv besser und ruhig. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Lucatelli. Danke Ihnen. Das war Finnews TV in Zusammenarbeit mit Ducascopy TV. Ich hoffe, Sie sind nächstes Mal auch wieder dabei. Auf Wiedersehen.